Ich bin der Sigi, ich bin der Obmann von Eichsitz und Verein Schladming und wir machen im Rahmen des Hostprogrammes mit den Mannschaften einfach ein typisches österreichisches Sportart. Wir sind der Sebastian und der Lea und wir gehen in die 2B-Klasse in der NMS ein und wir sind heute hier unten im Turnsaal mit den Menschen, die eine Beeinträchtigung haben und ich finde das ganz cool, dass auch die Menschen mit Beeinträchtigung die Chance haben, dass sie Sport machen. Und ich finde, sie sind echt motiviert und haben echt was drauf und voll Spaß. Very good!